Es gibt keinen anderen Verein. Es gibt keinen perfekteren Verein Ronaldo. Ronaldo, wach auf. Wach auf und komm zum FC Bayern. Züüüü! Fragt mich nicht, welche Quelle habe ich gelesen, dass Ronaldo in Ten Hearts Projekt nicht so richtig dabei sein soll. Und deswegen könnte es sein, dass Cristiano Sü, Manchester United, verlassen könnte. Sein Berater hält Ausschau nach weiteren Klubs. Bei Gott, wenn nicht der FC Bayern wäre. So würde ich Ronaldo zum FC Bayern holen. Cristiano. Was mache ich da, Digga? Cristiano, bei uns spielst du Champions League. Sü. Wenn du bei Manchester bleibst, spielst du zwar erstmal Europa League, aber wer gibt dir die Garantie? Auch, dass du danach noch Champions League spielst. Du spielst vielleicht dann wieder Europa League. Wer sagt dir, dass Man U in den Top 4 kommt? Cristiano, du wirst immer älter, wenn du in die Bundesliga kommst. Es ist leichter als in der Premier League und du spielst. Du machst immer noch viele Tore, du schießt Headtricks. In der Bundesliga ist das perfekt für dich. Eine etwas leichtere Liga und du machst deine Treffer garantiert für deine Torquote, deine Rekorde, für alles. Das schaffst du bei uns, beim FC Bayern. Kein Problem, ich weiß, die Nummer 7 ist dir sehr wichtig. Es ist deine Marke, es ist CR7. Die Wandowski verschwindet, Nummer 9. Sagen wir mal Serge Gnabry bleibt. Gnabry geben wir die Nummer 9. Und dann ist die 7 frei für dich. Sü. Oh mein Gott, was mache ich? Oh mein Gott. Cristiano, du wärst der erste Mega, Mega Weltstar, den Deutschland jemals hätte. Sei es Fußball oder sonst was. Du bist die bekannteste Person der Welt. Und es gab schon viele Stars in der Fußballwelt in England oder so. Aber so einen wie dich gab es noch nie in der Bundesliga. Du wärst nochmal eine neue Weltmarke für Deutschland und für alle Cristiano. Und du magst das, ne? Si. Das war nicht mein Si. So Cristiano, welche Vereine gibt es denn überhaupt noch, die dich wohnen würden? Ich weiß, es gibt Paris. Willst du wirklich mit Messi zusammenspielen? Und du brauchst ja auch einen Klub, der Champions League spielt. Ich meine, du kannst auch wieder zurück in die Heimat gehen. Du kannst zu Sporting gehen. Aber glaubst du, du musst mit Sporting nochmal die Champions League gewinnen? Ich weiß, es ist Heimat. Aber der FC Bayern ist immer ein Top-Verein. Immer egal, wer geht, wer kommt. Der FC Bayern hat immer eine Chance auf die Champions League. Auf Torrekorde. Alles, Ronaldo, kannst du zu uns? Es gibt keinen anderen Verein. Es gibt keinen perfekteren Verein, Ronaldo. Ronaldo, wach auf. Wach auf und komm zum FC Bayern. Jetzt rede ich von FC Bayern. Wir verkaufen Lewandowski, Liga. Das heißt, 40, 50 Millionen. Die behalten, weil Ronaldos Ablöse müsste nur 10 Millionen. Menjo hat damals 15 Millionen gezahlt an Juve. Da müssten wir 10 Millionen jetzt zahlen. Da wurde er älter. Wir zahlen 10 Millionen Ablöse. Diese Lewandowski-Millionen, die weggehen, 40, 50 Millionen. Die gehen mit drauf auf Ronaldos Gehalt. Nur ein Jahr. Ronaldo kommt nur für ein Jahr. Geht auf Ronaldos Gehalt drauf. Bam, er ist bezahlt. Okay, da kommen noch irgendwelche Sachen. Bild, Rechte oder diese Zeug, von denen wir keine Ahnung haben. Oder ich keine Ahnung habe. Aber er ist leicht bezahlt. Ich glaube auch, er würde auch ein Gehalt einbüßen. Ich habe im letzten irgendein Interview gesagt, ob die Leute wirklich glauben, dass ihnen Geld noch so wichtig ist. Komm, der verdient, glaube ich, auch irgendwas mit 20 Millionen, sei es 27 oder so. Komm, ein bisschen Gehalt runter. Hey, Ronaldo, du wirst immer älter. So, chill mal. So, du kommst ein bisschen auf Niveau jetzt runter von das, was Lewandowski hatte. Oder kriegst du es von Mané und Neuer oder Müller. Passt, Digga. Als ob Ronaldo dazu auch nein sagen würde. Du kriegst vielleicht eine Million mehr als die anderen, weil es Ronaldo ist. Dann kommst du her. Dein Gehalt ist bezahlt. Wenn er Trikotverkäufe kommt, was weiß ich, Leute, Stadion ist immer full. Ich weiß nicht, aber wenn Ronaldo da ist, ist Stadion jedes Stadion full. Oder mit Fernseher und was. Und da kommt Geld rein. Das ist Ronaldo. Das ist die bekannteste, bekannteste Person der Welt. Da kommt Geld rein, okay? Instagram-Follower, boom, gehen hoch. Das war bei Juventus genauso. Na, ein Jahr, Ronaldo. In diesem einen Jahr konzentrieren wir uns dann noch. Wer dann noch der wirkliche Nachfolger oder allgemeine Stürmer wird vom FC Bayern. Aber erst mal ein Jahr kriegst du auch noch.